Ah, na schön gerade. Ich freue mich natürlich, dass Sie hier sind, dass Sie hier gekommen sind. Ich habe Sie auf der Demo gesehen, standen Sie am Rande und auf einmal habe ich gedacht, obwohl wir beschlossen haben, als Attacke, wir laden keine Politiker ein, da habe ich gedacht, da muss man einfach eine Ausnahme machen, denn Sie haben so eine hohe Deutschlandkarte für uns. Jetzt möchte ich Ihnen gleich als Politiker eine Frage stellen. Auf diesem Stuhl liegen 2.500 Blatt Papier. Das Freihandelsabkommen, das wir gerade im vergangenen Jahr abgeschlossen haben mit Peru und Kolumbien, hat 2.700 Seiten, also noch ein bisschen mehr als hier. Was machen Sie da als Abgeordnete damit, wenn Sie darüber abstimmen dürften? Im Deutschen Bundestag, das ja noch nicht raus ist. Über das neue Freihandelsabkommen oder die Alten? Ich meine, jetzt würde ich mir mal annehmen, dass das Amerikanische wahrscheinlich genauso umfangreich ist. Naja, wir hoffen jemanden, dass wir das auch vorher schon zu sehen bekommen, dass wir die Gelegenheit haben, wenigstens mal einzugucken, zu lesen. Aber das ist ja keine Besonderheit von Freihandelsabkommen, sondern viele der Gesetze, die wir gemacht haben und auch Rettungsschirme, die gespannt worden sind in Europa, die waren eigentlich dick. Also das ist das Problem, das wir überhaupt haben. Und hier kann man nur sagen, man muss vor allen Dingen immer am Ende gucken, also wo die Ergebnisse drin stehen, nicht so gut die Einflugung ist. Und wenn ich bei dem Freihandelsabkommen sehe, lese, und so scheint das ja immer noch zu sein, jedenfalls hat Herr Gabriel sich von seiner Forderung verabschiedet, dass da auf gar keinen Fall so eine Schiebsklausel drin sein darf. Inzwischen hat er nicht mehr so sehr dagegen, sondern sagt, das muss man gestalten. Wow. Da kann ich nur sagen, und da bin ich ja nicht so sehr als Abgeordneter gefordert, sondern nicht mehr als Jurist. Wenn die jetzt immer solche Vereinbarungen machen, dann ist das gut für die Anwältin. Weil die Anwälte sind in diesen Schiedskommissionen, die dann eingesetzt werden, die, die da agieren und die auch Rechten sprechen. Also das kann sich ein Anwalt eigentlich nur wünschen, dass sich das Ergebnis nach dem richtet, was der Anwalt sagt. Nicht, was der Richter sagt. Aber in der Sache ist es natürlich so, dass damit durch diese Schiedsklauseln, diese Schiedsgerichte, die da eingerichtet werden, dass damit der Rechtsstaat oder die Justiz, die in vielen Jahren entwickelt worden ist, erkämpft worden ist, eigentlich außer Kraft gesetzt wird. Also da gibt es nicht mehr die Instanzen der Gerichte, da gibt es nicht mehr einen Richter und Parteien, die da was vortragen. Und da sitzt er mir richtig hin und sagt, nach den Gesetzen ist das so und so. Oder wir meinen, nach der Auslegung der Gesetze müsste das so und so sein. Und wir machen das ganz unabhängig. Wir sind unbeeinflusst von Lobbyisten oder so. Sondern dann wird ja die Justiz ersetzt durch diese vereinbarten Schiedsgerichte. Und dann können wir uns eigentlich den ganzen Rechtsstaat und die Justiz jedenfalls in diesen ernsten Angelegenheiten sparen. Dann haben wir die marktkonforme Demokratie. Ja, weil dann bestimmen ja die Konzerne aufgrund, und zwar immer die, die viel Geld haben, Anwälte können da auch Punkt bei verdienen, dann bestimmen die, was letztlich in einem Land für Regeln herrscht. Also zum Beispiel, wenn ein Staat sich erdreistet, sagen wir mal, das ist ja vorhin angesprochen worden, um das bei der Landwirtschaft so einzurichten, dass die Tiere einigermaßen artgerecht leben und dass der Boden nicht verseucht wird, dass man das Wasser auch in 100 Jahren umdrecken kann, wenn das per Regeln, per Gesetze da ist, dann kommt da ein Konzern und sagt, aber wir werden hier an unseren Geschäften gehindern, die ja garantiert sind. Und entweder wir kriegen jetzt einen hohen Schadensersatz und das bewegt sich dann nicht in 500 Euro oder 50.000, auch nicht 50.000 oder 500.000, sondern es geht dann in die Millionen, in die hundertunds von Millionen Schadensersatz und dann wird man, der wir letztlich recht haben. Also das wäre eine dramatisch schlimme Entwicklung, weil das vieles von dem, auf das man sich nicht immer verlassen kann, aber was man wenigstens dann durch die Instanzen, wenn ich immer wieder eine Chance habe, Recht zu bekommen, das wäre dann vorbei. Das ist schon ein Hammer. Wenn ich das richtig sehe, wäre TTIP, das ist wie das andere ein völkerrechtlicher Vertrag, der Strauß übergesagt hat, packt da so ein Zerbander. Und wenn ich das richtig sehe, steht das sogar noch über dem Bundesrecht, über dem EU-Recht, zumindest in der Form, dass alle spätere Generationen von Politikern, von Mandatsträgern daran gebunden werden und nichts beschließen dürften, was in diesen, jetzt sage ich es nochmal, 2700 Seiten drinsteht. Ja, also das ist einfach eine Ordnung, eine Schließgerichtsordnung, die neben den gesetzlichen Möglichkeiten ist und die eben vorgehen würde. Das ist ja eine Vereinbarung zwischen Staaten, die dann auch eingehalten werden müssen und eingeklagt, das ist ja gar keine Klage, sondern die hier zum Schlussgericht übergesprochen, die entscheiden dann, dank dem, was in den 2700 Seiten drinsteht. Sagen Sie, als Jurist gibt es eine Chance, eine solche Abgabe von Volkssouveränität und vor dem Bundesverfassungsgericht oder vor dem EU-Gesetzgericht anzugreifen. Ja, ja, angreifen kann man ja immer. Die Frage ist so. Die Frage ist vollgerechnet. Das ist ja auch eine meiner Beschäftigung, aber ich nenne mich nicht mal erfolgreich leider. Also, wenn man sich damit durchsetzt, das ist ja ein, wenn man so will, in diesem Ausmaß, wie das heutzutage betrieben wird, ist das neu. Vor allen Dingen ist es neu, dass es inzwischen auch in die Industriestaaten Einzug hält. Diese schönen Schiedsgerichte und Freihandelsabkommen, die haben vor allen Dingen die USA ja bisher praktiziert bei Ländern, die ihnen völlig unterlegen waren, aber wir wissen zum Beispiel, dass um die Bereitschaft in den Ländern, wie zum Beispiel Kolumbien, das ist ja vorhin angesprochen worden, oder anderen Ländern, Lateinamerikas oder auch Mexikos, um das da einzuführen, mussten die ja erheblichen Druck ausüben und die Länder sind ökonomisch so abhängig von den USA, dass sie nicht den Widerstand gar nicht leisten können. Das Neue ist jetzt, dass die das auch bei Staaten versuchen einzuführen, jetzt bei der ganzen Europäischen Union, auch bei Deutschland, die eigentlich die Möglichkeit haben sollten, sich dagegen zu wehren, und das abzunehmen. Ich habe mich sehr lange mit Kolumbien auseinandergesetzt und weiß, dass die US-Politik Kolumbien ja nicht nur Freihandelsabkommen oder Mexiko Freihandelsabkommen aufgedrückt hat, wo es in Mexiko zum Beispiel so ist, dass die da kein Mais mehr anbauen können. Der Mais kommt eigentlich ursprünglich aus Mexiko. Er ist jetzt vorweg zum Beispiel in Europa gekommen und in die USA. Und die Bauern dort, für die ist das ein Grundnachungsmittel, dass es in den meisten Ländern Lateinamerikas, so vor allen Dingen in den Mitteln, in der Kaffee kann. Und jetzt lohnt es sich für einen Bauer, in Mexiko nicht mehr den Mais selber anzubauen, weil er aus den riesigen Äckern, die mit viel Kunstdünger und mit viel Dünger hochgehalten werden, die in den USA weniger produziert werden. Und der kommt dann darüber. Das heißt nicht nur, dass die ganzen Arten da kaputt gemacht werden, dass gemanipulierte Leib heißt dann nach Mexiko kommen, sondern dass die Bauern die Parazents dann aufbringen müssen, um sich das leisten zu können. Nur die Frage ist, wo sollen sie das verdienen? Das heißt, in den Ländern ist das tatsächlich eine Existenzfrage für Teile der Bevölkerung, die damit auf Spiegel gesetzt werden. Und das Neue ist jetzt, es gibt ja schon so ein Abkommen, was noch nicht endgültig ratifiziert ist wie in Kanada zum Beispiel der Europäischen Union. Da ist das angefangen, vorgemacht worden. Und das große Problem ist jetzt, weil in den USA natürlich der größte Player in diesen Bereich sind, wird das auch mit den USA angekommen. Immer unter der Verlockung, dass es dann wirklich nicht viele neue Arbeitsplätze gibt und die alle sehr reich werden. Nur wenn man nach Amerika guckt, dann ist das auch gar nicht so ganz hochgegangen. Das Schreckliche ist ja, dass dieses Wort Freihandel für viele Menschen in diesem Land immer noch sympathisch klingt. Und wir sind einfach der Meinung, das ist eine neoliberale Wohlenpackung, unter der sich eine Ausbeutung versteckt, die raffinierter ist als in dem Kondialismus, aber wenigstens genauso recht wichtig. Jetzt möchte ich aber gerne auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen. Das Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft und Partei. Ja, die Grünen verklagen nämlich in der NRW gerade Aktivisten, die die Grünen-Zentrale besetzt haben, weil die im Koalitionsvertrag mit der SPD sich nicht eindeutig gegen Kohlkraftwerke ausgesprochen haben. Deswegen verklagen gerade die Grünen, die die Parteizentrale besetzt haben, nämlich zivilgesellschaftliche Akteure, die nämlich ihre Stimme erhoben haben. Das machen nämlich die Grünen, das wollen wir auch mal sagen, keine Ahnung der Angst. Und warum laden wir eigentlich Politiker ein hier bei einer Attack-Veranstaltung? Das ist der größte Scheiß. Ja, habt ihr gehört? Okay. Ich wollte auch das Verhältnis zu ihm kommen. Also es ist mir wirklich ein Anliegen, eine Frage zu stellen. Wie ist es wirklich genau bei der Telefonkonferenz umgegangen? Da habe ich gesagt, mir hat ein SPD-Abgeordneter auf einer TTIP-Frage richtig toll beantwortet. Daraufhin sagte einer auf der anderen Seite der Leitung, sagte, wer halt unsere reiten Sozialdemokraten? Es ist... Wir sind teilweise in einer Ungkultur, finde ich. Eine doppelseitige Arroganz. Die ganze Zeit lang hat die Politik, also mindestens drei oder vier Parteien sich geweigert, die zivilgesellschaft als eine gestalterische Kraft anzuerkennen. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen in der Zivilgesellschaft überhaupt eine umgekehrte Arroganz, unter dem Motto, mit diesem Parlamentariern kann man ja nichts anfangen. Jetzt ist... Frage ich mich, müssen wir dann nicht ein anderes Verhältnis haben? Das ist für mich immer die Frage, wie können wir es wirklich schaffen, TTIP zu stoppen? Ich denke, da sind wir aufeinander angewiesen. Können Sie mit dieser These was anfangen? Wie könnte man dieses Verhältnis umgestalten? TTIP? Naja, das stimmt ja nicht. Also, dass die sozialen Bewegungen nichts erreichen, das ist Gott sei Dank nicht wahr. Also, wir waren gelaufen war auf der gleichen oder auf derselben Demonstration am Wochenende. Und das ist ja eines der Beispiele. Also, viele von denen, die da demonstriert haben, die kenne ich ja schon vor 20 Jahren, aber vor 30 Jahren haben die schon demonstriert. Und man kann nicht sagen, dass sie ohne Erfolg demonstriert haben. Das hat immer sehr lange gedauert, aber viele von denen haben ja immer noch jetzt das Plakat hochgehalten. Togkraft, na danke. Und Ähnliches. Und da muss man ja sagen, das haben wir noch nicht erreicht. Aber wir sind fünf Schritte näher gekommen. Und es sieht ja jetzt so aus, auch nach den Angeboten, die ja von der Energieindustrie gemacht werden, dass sie es ernst nehmen. Weil sie wollen ja jetzt überlegen, wie sie die Kosten der Beendigung an der Atomenergie im Steuerzahler auferlegen können. Das heißt, sie nehmen das ernst, als würden sie solche Überlegungen anstellen. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass eine soziale Bewegung, wenn sie groß genug geworden ist, wenn sie lange genug, demonstriert hat, boykottiert hat, Sitzstreiks gemacht hat und Ähnliches passiert, reich sein kann. Und das kann man ja bei Tidem auch nur hoffen. Also ich glaube, das ist in der Gesellschaft auch angekommen, und das zeigt auch, dass die Parteien, vor allem wenn sie in der Opposition sind, klar sich von Tidem, jedenfalls mit denen, wie es wahrscheinlich bisher verhandelt worden ist, distanzieren. Das ist auch eine Folge davon, dass Attac und andere, die das problematisiert haben, in der Gesellschaft immer mehr Gehör gefunden haben, auch mit dieser Forderung. Dem kann sich auch einer ziehen. Ich habe auch im Bundestag immer ein ganz anderes Beispiel noch gehört. Also vor 15 Jahren oder so, was war das, da war von Attac diese Forderung immer wieder gestellt worden, nach dem Herrn Turbin, die Turbin-Steuer einzuführen. Ich weiß noch, mich hat das irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, als ich mich damit beschäftigt hatte, und auf ein paar Veranstaltungen sind wir damals schon überzeugt. Ich weiß noch, dass im Bundestag in fast allen Fraktionen, wenn man das auch nur erwähnte, da wurde man als Spinner, wirklich als Spinner, als einer, der nun überhaupt nichts verstanden hat von der Welt und von der Gesetzmäßigkeit des Marktes verdammt und wurde man nicht ernst genommen. Inzwischen stelle ich fest, auch wenn es noch nicht umgesetzt worden ist, es gibt überhaupt im deutschen Bundestag keine Partei mehr und auch in der Region niemand mehr, der da gegen ist. Weil das nur überzeugend ist, nur die Umsetzung fehlt. Da sagen sie mal, die anderen noch nicht mitmachen, können wir da auch nicht. Jetzt geht der Streit ab, und soll man in Deutschland anfangen. Das sind für mich Beispiele dafür, dass das lange Bohren dicker Bretter doch in vielen Sachen, ich will nicht sagen in allen Sachen, aber in vielen Sachen erfolgreich sein kann. Und das ist ein Vorbild für den Widerstand und für die Bewegung gegen die Einführung dieses TTIP, jedenfalls so wie es jetzt geplant ist. Die Befürworter von TTIP scheuen ja eigentlich nichts mehr als Transparenz. Sie wollen so viel wie möglich geheim halten. Was halten Sie von der Idee, dass die Zivilgesellschaft zusammen mit den Parteien mal ein wissenschaftliches Hearing zu TTIP macht? Gabriel sagt ja zum Beispiel, die protestieren gegen etwas, was es noch gar nicht gibt. Wir erlauben uns, dagegen zu protestieren, weil wir eben so viele Freihandelsabkommen kennen und sie sind großenteils nach dem Ende den Strickmuster geschnürt. Und so gibt es eine Idee, zu sagen, wir machen ein Wissenschaftliches Hearing mit Völkerrechtlern, mit Diologen, mit Bauern, mit Eigentumsspezialisten, die zum Beispiel darlegen können, was kann das für unser Saatgut und dessen Patentierung bedeuten. Würde so einen Ehring Sinn machen? Glauben Sie, dass es genug Blütige gibt, die da mitmachen würden? Also solche Veranstaltungen sind nicht mal gut. Aber ich will da mal was umsetzen, hier zu sagen. Diese Geheimhaltung, das ist wirklich eine Sache von vor ein paar hundert Jahren. In einer Demokratie zu sein, in einer solchen existenziellen Frage, wird verhandelt, ohne dass auch nur die Parlamente, schweige denn die Öffentlichkeit und die Bevölkerung darüber Bescheid wissen, das ist zutiefst undemokratisch und passend geworden. Ich habe, in dem Zusammenhang mit der Entwicklung von Edward Snowden, ist uns das ja wieder besonders deutlich geworden, wie wichtig die Information über das ist, was eigentlich passiert, dass man die Fakten feststellt. Und das ist hier natürlich genau das. Ich habe in einem wichtigen Antrag für Edward Snowden eingebaut, ein altes Zitat von Emanuel Kant. Man soll ja immer so tun, als wenn man gebildet ist. Der hat mal gesagt, da war ja die Republik und die Demokratie noch weit entfernt. Die haben das sich theoretisch erdacht. Der hat gesagt, in einer Republik, oder man kann auch sagen, Demokratie wird es keine Kriege mehr geben. Und warum? Nicht, weil die Leute alle so friedlich sind, sondern weil es da keine Geheimnisse mehr gibt. Da wissen ja alle alles. Also das war die Vorstellung von Republik und Demokratie. Wie weit sind wir mit der Demokratie, auf die wir so stolz sein sollen, von dieser Forderung entfernt? Wenn vor allen Dingen, wenn an diesem Beispiel das deutlich wird, in einem essentiellen, und das bestreitet ja auch keiner, das bestreitet nicht mal die, wie das jetzt vorhandelt, in einem essentiellen Abkommen für die USA und für ganz Europa, wenn man da nicht mal die Schritte mitbekommt, mitdenken kann, nicht mal die Informationen kommen, dann ist das von Anfang an so daneben, wie es nur daneben sein kann. Und dann sollte man das als allererstes mit allen Möglichkeiten, auch mit Whistleblowern, an die Öffentlichkeit bringen, was da hinter verschlossenen Türen macht. Vielen Dank.